Hallo Freunde ich bin Lonwalk und willkommen zu einer weiteren Folge von Contagion. Freunde ihr habt bestimmt gemerkt oder ihr seht jetzt dass ich etwas verändert habe. Und zwar Freunde es ging darum ja ein Kollege von mir bzw. Bekannte von mir hat mir gesagt ja bei diesen Videos strottert das bei dir. Also dreh mal das Teil ein bisschen runter und das habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe es wird nicht so schlimm. Mein Besatz ist halt nicht so wie ich es möchte. Aber war voll. So läuft flüssiger. So kann mich jetzt flüssig bewegen. Da ist jetzt eine Tante die zu mir kommt. Geht weg. Geht weg ich mag dich nicht. Geht weg ich mag dich nicht. Ich hoffe es wird fertig sein. Ich hoffe das geht nicht. Es wird richtig ausgepasst. Ich hoffe es wird nicht. Es wird nicht geregelt. Nee Sie ist nicht so richtig. Es wird nicht geregelt. Aber das geht weiter. Doch, das ist so hässlicher als das nicht. Aber irgendwie gefällt es mir nicht. Das ist ja so hässlicher. So, das Lüfter ist kürziger vor allem. Polizei! Nein! Damn it! Gut. Sorry, es hat keiner gesehen, dass ich gerade den Polizisten hier erledigt habe. Hat keiner von euch gesehen, ne? Ich hoffe, ihr verratet mich. Naja, sonst wenn bei mir hier die Polizeiproduktion sagt, ah, wo hat einen Polizisten erledigt? 20 Jahren, Knast. Was? Ey, klar. Aber erstmal im Medikraum, ich kenne ja Sachen, also muss man erstmal alles einsacken, was hier rumhängt. Vor allem für euch nichts. Gott, dann. Außer die Zunge ist. Die Schreien, die zu mir kommen. Ey, schreie mich nicht von der Seite an, verdammt. Die Schnappen. Die Schnappen. Die Schnappen. Die Schnappen. Die Schnappen Ich traf euch wieder. So, jetzt gehen wir mal der andere Riespunkt. Der andere... Aber ich hab keine Angst, ich hab einen Magnum. Du hast keine Munition. Ach, da liegt eine. Oh, ein Polizist. Du hast mein Freund, da ist die... Du bist verhaftet. Von wegen. Will... Will jemand noch hier den coolen Spielen, dann kann ich gleich... So, ja. So. Bitte eine Waffe. Bitte, bitte. Ich bin egal, wohl. Dieser... Spielmarken. Ich bin mir keine Waffe. Ja, ganz normal. Stinknormale Waffe. Mitten. Jetzt hab ich zwei, die ich wollte. Eine schlimmer als die andere. Das ist nicht Content. Wichtig. Ja, durchbraucht. so jetzt gehe ich aber aufs Klo und ich muss mal, aufs Klo, ich glaube das ist für die Männer, die kommen jetzt für die Frauen und das wäre unangenehm, vor allem stellt euch mal vor, ja, ich gehe aufs Klo und da sitzt eine Frau, eine Sondefrau, ne, jetzt habe ich eine Granate aber wenn wir schon dabei sind, gehen wir auch zu den Frauen, gucken wir, wie sauber sie haben also, nur so, irgendwie Männerklo war halt verdreckt, ne, also deswegen, erstmal zu den Frauen reingucken, keine Frau da ich deute euch mal die Situation vor, die Frau sitzt aufs Klo, kommt der Zombie und bringt dann anzuknabbern, das nehme ich den Tod, ne, bei Scheißen erwischt keine Zeit zu reagieren oder so mit der Knarre, oh shit, ich bin gerade bei Scheißen, kommt der Zombie, mein Fräulein, zu lecker, also so bei den Arschputzen, ne, so anderen Arschkneiden, aber, ey, was rede ich für ein Zeug heute, ey, nicht ernst nehmen, nein, ich bin heute gut gelaunt, ich habe wieder mal Zeit gefunden, für euch mal Videos malen, ehrlich Freunde, ich mag es einfach für euch solche Videos malen, ähm, ja, macht mich happy ich will, äh, Maschinenpistole haben, und zwar solche, die mit, äh, Munition schießen, ne, also mit Pistole-Munitionen, am besten, äh, mit Licht noch dazu, dann wäre ganz, ganz, und zwar solche, aber diese Spiele-Munition, ne, ich will mir keine Ahnung, ich will mir zwei Munition, ja, äh, die Maschinen, die wir auch, äh, aber keine Ahnung, äh, ich kann da, mit diesem Munition, dann rumschmeißen, hier, krieg, krieg, krieg das, oh, da, oh, da, oh, da, schmeißen wir schon weg, lassen wir mal weg, ja, leider kein Licht, Keine Ahnung, äh, ich habe einen AK, ich werde es benutzen, für mich, ich habe einen AK und ich werde es benutzen, und ich werde es benutzen, wenn du isst, lass mich in Ruhe, Okay, ob die Gapas oder was? Komm doch! Aber dann rennt nicht zum Mama! Woops! Die Kopfschmerzen sind jetzt weg! Wir haben ihn geholt! Mann sind gut! Warte, so dein Mann! Du musst ihn abholen! Ja, ich schaue ihn ein. Es tut mir leid, ich bin nicht trauenfeindlich, aber irgendwie, wenn jemand von der Seite anknorrt, dann kenne ich keinen Pardon. So, ich mach mal Licht weiter! Oh ja! Essen, ich hab Hunger! Aber da ist die Ju auch! Ich geh mal rein! Ja! Wie? Ey! Ist jemand da? Hier muss man Boden gewischt sein! Bitte Boden waschen! Guck, ey! Hier ist kein Essen! Hallo! Nichts Interesander! Nie! Ich habe ihnаны! Wir sind nicht vom Fall. Wir sind nicht drin, aber wir sind nicht! Semiss! Wir sind nicht nur ein Schöpfchen! Hier ist es gut! Ich hab verloren, verdammt, ich muss jemanden feisen. Ach so, du wolltest nach dem Spiel mit dem dann... Abschillen, ich hab ihn umgebracht, oh, Schorex. Oh, noch einer. Du siehst irgendwie noch hässlicher aus als heute. Mami. Ich glaub, ich krieg heute Albträume. Ja, ich bin... Das ist ein Schmuck, ich bin. Ich bin... ... 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 Für mich sind eigentlich Menschen im Alltag. Menschen sind Menschen. Und ich verstehe nicht, was wir eigentlich zu teilen haben. Also über Kriege und alles. Manche Länder bekriegen sich, weil sie halt andere Glauben haben oder was weiß ich. Aber die Menschen sind doch die Menschen. Also ich weiß nicht, was da zu bekriegen ist. Ich hab was. Nur ein Sniper. Nein, wirklich. Sniper gefällt mir nicht so. Also irgendwie zu verschwommenes Ziel und was weiß ich was. Ich mag es nicht so. Ich hätte schon gerne so Maschinen zu holen. In der Hand gedruckt bekommen. Aber die. Oh Rollstuhl. Da setze ich mich hin und fahre mit Rollstuhl. Krieger mit Rollstuhl. Hat gegen Zombies allein. Wo er lebt. Außerdem. Derjenige der im Rollstuhl durch darf man nicht hauen. Vielleicht werden Zombies mich auch nicht essen. Man haut keinen Menschen. Oberaufmerkungen. Und gar nicht solche, die ich spreche. Beziehungsweise. Zwei jetzt falsch ausgedrückt. Also. Für mich persönlich. Also ich. Kenne viele. Die im Rollstuhl saßen. Ich habe mit denen. Ich habe mit denen. Und. Vorhin gesprächt. Ja. Manche von denen. Beziehungsweise fast alle. sind wirklich starkere. 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 Als wir. Ja. Als die anderen. Die halt ganz normal laufen. Wirklich. Und äh. Vor allem geistlich. Sind sie stark. Starker. Manche. Äh. Wenn sie schon Kopfschmerzen haben. Fängen sie ja an. Vor allem. Ne. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe gekoppelt. Und was weiß ich. Aber äh. Stellt euch mal vor. Ja. Ja. Die Rollstuhlfahrer. Die müssen damit. Äh. In dem ganzen Leben. Ja. Oder andere. Äh. Nicht nur Rollstuhlfahrer. Sondern für diejenigen. Die ganzen Leben. Ähm. Ja. Nur liegen. Ja. Und die müssen damit leben. Ich finde. Echt äh. Bemerkenswert. Also. Wie sie. Nun nicht aufgeben. Vor allem. Die Leben weiter. Die. Die. Kämpfen. Die. Freuen sich. Dass die überhaupt leben. Nicht echt starke Sache. Also. Muss ich sagen. Respekt. Ich suche jetzt noch mehr Zombies. weil eigentlich das ist eigentlich zum testen euch zu zeigen welcher match da sind und welche möglichkeiten denn ich habe ja gesagt wir fangen dann nur an wenn ich euch erstmal die ganze match zeige und so dann fangen wir so richtig an der schmalen kick wenn uns dann andere spiele wir dann so lange spielen bis wir halt drauf gehen so ähm Freunde und ich hiermit verabschiede ich mich weil wie gesagt ich will so schnell wie möglich das alles zeigen damit wir endlich mal anfangen sollen werden äh vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe diese Folge wird euch gefallen trotz dieser ja einsteigen die vielleicht nicht mehr so schön aussehen aber ja jetzt wird es nicht mehr so sportlauen ja vielen Dank und bis zum nächsten Mal